Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 21. Juni 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1213. Heute mit den folgenden Themen TikTok, TikTok, RCS, Avatar Store, WhatsApp und Dogecoin. Ich starte gleich mit TikTok und oder Apple, wie man es immer auch genau nennen möchte. Ihr mögt euch wahrscheinlich noch erinnern an die Werbefilme damals mit dem iPod, als Apple diese schöne Werbung mit den Silhouetten gezeigt hat, wo die weissen Ohrstöpsel rausgeschaut haben. Damals die Werbung, wie gesagt, für den iPod. Später hat man das Ganze auch noch für die AirPods gebraucht. Und nun gibt es die Möglichkeit für all diejenigen, die unter TikTok aktiv sind, einen Filter zu nutzen, um selber Videos zu machen mit eben diesen Kopfhörern. Und das Tolle daran, ihr müsst nicht mal Kopfhörer von Apple besitzen und oder überhaupt welche, denn der Filter macht euch solche in die Ohren. Na dann, happy Filter-Testing wünsche ich euch. TikTok möchte auch, und somit kommen wir zum zweiten Thema, mehr für den Datenschutz tun. Genau, man möchte in den USA mit Oracle zusammenarbeiten. Und das hat man ja schon mal gehört damals, als die Trump-Regierung TikTok verbieten wollte. War ja im Gespräch, Microsoft, Oracle etc. Sollen da mit Einspringen übernehmen und so weiter und so fort. Und ab sofort, bald schon, besser gesagt, sollen die Daten übergehen auf den Server von Oracle. Das heisst, die ganzen Daten, in Anführungs-Schlusszeichen, ganzen Daten, sollen auf, oder besser gesagt, über Server von Oracle laufen und somit sicher sein. Was man aber schon weiss, ist, dass in China noch viel mehr Daten vorhanden sind und eben nicht alle Daten darüber gehen und somit das Ganze irgendwie ein bisschen Augenwischerei, in Anführungs-Schlusszeichen, sein könnte. Mitarbeiter von TikTok, zumindest von der US-Firma, haben gesagt, dass sie jeweils in China anfragen müssen, wenn sie auf sensible Daten zugreifen können oder dürfen können, können dürfen, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich bin mal sehr gespannt, wie das funktionieren wird. TikTok hat ja auch angekündigt, dass für das Jahr 2023 in Europa ein eigenes Datencenter gebaut wird und dass man da dann eben die Daten auch darüber laufen lassen soll, zumindest den Datenfluss in Gebiete ausserhalb der EU minimieren möchte. Ja, soviel zum Thema Datenschutz und was verschiedene Firmen und oder Partner darunter verstehen können. Rich-Dienst, genauer gesagt, Rich Communication Services, RCS, ist oder möchte der Nachfolger von SMS werden. Eigentlich hätten es die Provider dieser Welt schon lange auf dem Schirm und hätten da schon lange was ausrichten können. Wir wären gar nie in das Desaster von WhatsApp geraten, hätten die lieben Provider dieser Welt einfach mal vorwärts gemacht und sich einig geworden und da eine Möglichkeit daraus gefeilt. Dann hat Google das Ganze ergriffen, weil auch denen fehlt halt der Chat, der Kommunikationsdienst, der SMS-Ersatz. Und deshalb haben sie am RCS rumgeschraubt und das Ganze auf eigene Kappe weiterentwickelt. Nun prangert man schon seit längerem Apple an, dass die ja böse sind, weil sie das Ganze nicht übernehmen. Ich würde halt als Apple wahrscheinlich auch nicht unbedingt einen Dienst, den ein anderer aufgebaut hat oder mit auf oder ausgebaut hat, so von nur an mit integrieren. Zumindest da man mit iMessage halt eben einen sehr systembasierten Dienst hat. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Irgendwann in dem oder im nächsten Jahr wird ja auch in der Schweiz MMS abgeschaltet. Ich glaube, das ist in diesem Jahr. Und dann muss man eh schauen, wie das dann funktionieren soll, dass dann Bilder und oder mehr als nur Text in Richtung Android verschickt werden können. Ich bin gespannt. Weiter geht es mit der Möglichkeit, um Geld aus dem Fenster zu werfen. In der aktuellen Zeit sicherlich nicht unbedingt das Beste. Aber wer halt einfach wirklich zu viel Geld rumliegen hat und auch keine Angst vor der näheren Zukunft, der könnte sein Geld jetzt in den Avatar-Store von Facebook investieren. Das Ganze gilt für Facebook, Instagram und ihren Messenger. Da kann man sich einen schönen Avatar zusammenklicken. Sprich, den Avatar hat man schon, aber man kann den bekleiden. Und zwar nicht nur mit irgendwelchen lustigen Lumpen in grün, gelb, violett oder blau, was man dann lieber auch gerade präferiert. Nee, man kann Designer-Klamotten kaufen und oder Klamotten von anderen Kleidungsentwicklern. Wie heissen die? Modeschöpfern. Genau. Ich könnte in Zukunft mit Prada rumlaufen oder sowas. Ja, ich weiss nicht. Ich gebe mein Geld lieber. Wo ist das Geld? Mist. Ja, es geht gar nicht mit diesem Kaufen da. Neuigkeiten gibt es auch zu WhatsApp und zwar zu der Gruppentelefonie-Funktion. Neu kann man Leute stumm schalten. Wenn sie Nerven und oder Nebengeräusche machen, nicht merken, dass sie nicht auf stumm sind, etc., dann kann man da einfach jemand auf stumm schalten. Finde ich praktisch. Sollte man nicht nutzen, aber wenn man muss, dann es gibt die Funktion jetzt. Der liebe Elon Musk, es vergeht keine Woche ohne Neuigkeiten rund um Elon Musk, hat wieder mal was verbreitet und zwar zu seinem lieben Dogecoin. Dogecoin oder wie man auch immer ausspricht, die Kryptowährung, die er damals mit gepusht hat. Und er sagt, er bleibt weiterhin da mit drin und das Ganze geht irgendwann auch wieder hoch. Ich glaube, wenn ich so viel Geld in Kryptowährungen investiert hätte, würde ich auch gut und positiv für die reden. Da aktuell alle oder die meisten Kryptowährungen ziemlich runterrauschen ohne Ende, ist das definitiv nicht der verkehrte Weg, wenn man da positiv bleibt. Und auch ansonsten, bitte liebe Leute da draussen, die jetzt alle auf, uh, ich muss mein Geld das Bitcoin nehmen etc. Wenn ihr nicht die Idee hattet, das Geld, was ihr in Bitcoin angelegt habt, auf lange Frist da drin zu lassen, dann seid ihr auch selber schuld, wenn es halt mal schnell futsch ist oder weg ist. Wenn man kurzzeitig spekuliert, dann muss man damit rechnen, dass das Geld irgendwie auch weggeht. Das passiert auch mit Aktien, mit Fonds etc. Kurzfristig, dafür sind solche Dinge nicht gemacht, zumindest wenn man nicht weiss, was man tut und wenn man Geld reinschmeisst, was man eigentlich für andere Dinge gebraucht hätte können oder gebraucht tut. Ja, somit, wenn ihr, wie ich auch, in gewisse Kryptowährungen investiert seid, lasst das Zeug einfach liegen. Wenn ihr mal Freude habt und es schön weit unten ist, kauft noch ein bisschen nach. Wie immer, keine Anlageempfehlung. Aber mein Tipp, ein bisschen nachkaufen, ansonsten einfach liegen lassen und dann schauen wir in einem Jahr zwei, drei, vier oder fünf nochmals rein und dann freuen wir uns alle wieder darüber, wenn dann die ganzen hoch, runter, wo auch immer hingegangen sind. Ansonsten, wie gesagt, es ist Spielgeld. Also nicht, dass Kryptowährung Spielgeld ist, aber das Geld, was ihr da reinschmeisst, sollte Spielgeld sein. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. In diesem Sinne, euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Bis bald schon wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geektor.